Herzlich Willkommen zu einer Runde Rage Models. Auf den Kommandepacknetz haben wir mit dabei, da sind 6 andere Leute. Die jetzt alle, wenn wir gerne was sagen dürfen. Du stinkst. Du stinkst. Du auch. Ah, die Map kennen wir doch von Battlefield. Also ich kenne die von Battlefield hier. Das ist der, äh, Hafen, ne? Noschnar, ja. Noschnar-Kanäle. Oh, ich steh direkt vor ihnen und treff mit dem Tomahawk nicht. Wow. Ja, mhm, ja, ja. Ja, mhm, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich hab noch keinen von euch beiden gesehen, muss ich ehrlich sagen. Äh von euch beiden vor allem Ding. Doch Neo, Neo ist direkt vor mir. Nein! Komm, das war eben easy gedreckt. Komm, das war eben richtig gedreckt. Ah ja. Ich hab'n alle geschnappt. Ich hab'n alle geschnappt. du bist genau vor mir aber macht er mal weg ja muss so easy von umgesnipert habe ich dich ich habe eine 5er kissfreak hinter mir kommt neo 0 punkte und 3 2 ich hab gerade 8 1kd alter joshi ich hasse dich geht ich vergraben nein bitte nicht ich glaube ich fehlt noch ein kill bis zu 10er killstreak nein ich hätte fast ein 10er killstreak ab und neo du wickst ja weil habe ich denn da die 10er killstreak versaut alter du hast deinen tom auch in deine scheiß fresse rein ja komm doch her jung oh two faces hat wieder ein glücktier alter ist mich gerade aufregend hört man mich eigentlich ja klar wird man es war mir gar nicht ganz sicher ja ich hab noch inner pain getötet ja toll ich war im wasser gefangen wenn man sich so aufregt ist irgendwie geister geist im moment ne ja super ob ich erstmal keine kills kriege ich werde meistens von der seite gekillt ne ich meine sohn ein aimbot habe ich jetzt auch noch nicht ne ich fang wieder an zu achsen ich fang wieder an zu messern cranky hatte mit einer axt getötet war es eine sekunde schneller als ich oh jetzt komm wieder von hinten alter du magst es doch wenn man von hinten kommt ich habe 45 punkte ich habe 35 ist das gut ich habe auch 35 ich fiele das hast du für eine minus kd 15 zu 7 ich habe sieben zu sieben ich bin gerade erste alter mit 500 punkten ich habe gerade gar keine mehr ich habe 2 zu 13 ich kriege auch irgendwie momentan fast immer messerkill hin also kein messerkill sondern hier linkskill tomahawkkill alter das kannst du doch vergessen dass sie mich einfach so killen töte dich durch eine axt minus 50 dankeschön der kassiert ja schon wieder mein leben klar sollte ich habe keinen bock nach dem game nix wozu mit der flucht und danach habe ich ganz kurz nicht aufs leben ganz kurz nicht auf die map geachtet weil ich unten auf irgendwas geachtet habe und dann sterbe ich das kommt einfach von hinten an alter ich habe gerade noch auf joshi gezählt hauptsache ich bin nicht das mainstay und ich werde trotzdem getötet ja deswegen wer böse auf mich hat meinen namen gehört wo ist eigentlich die 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 ranklist oder wie auch immer das ding heißt wenn du auf tap drückst wo ist da die plätze so wie es gereiht ist der der ganz oben steht ist der erste und der der ganz unten steht ist der letzte genau als er seinen ernst überlebt fünf feile von mir wenn man eigentlich mit dem bogen zu nah an sich selbst schieß kriegt man dann selber das erklärt die ganze zeit warum ich sterbe what the fuck mhm mhm kein problem ruf mich an wenn ich es nochmal machen soll oder er hätte ich nicht gemütigt ich demütige dich gleich alter ja ich hab gewonnen ich hab gewonnen zu mama ja die runde ja wieder sechs minuten packt noch ne ne zweite runde ich schlafe den veganen eco scheiß an jungen ja damit herzlich willkommen zurück zu der zweiten runde von rage modus die jetzt gleich nach der anderen runde kommt ähm, es hat sehr gut begonnen, dass hier auf sich die geschlagen wird er kommt immer mit veganen Produkten an und das mag ich nicht da würde ich ihn auch schlagen vegan? ja, machen wir ja, das hat er ja auch verdient nehmt ihr dann alle zusammen in den Schwitzkasten und bestraft ihn wir ziehen ihn aus und schlagen ihn dann er zieht ihn aus und schlagt ihn ja, er hat gesagt, wenn er schon geschlagen wird, dann bitte nackt ja, genau, was den Huren und so war das klingt, alter, du dreckige oh mein Gott, du dreckiger Jude äh, sowas bitte nicht oh mein Gott, ja genau ich hab eben schon angefangen zu zittern, deswegen hab ich eben nichts mehr geprüft nein, wieso tötest du mich nur mit Axt? du Hund 130 hab ich gerade so lachsig, fick dich oh, er hat mich gefickt oh, fickt euch alle oh, Yoshi ist der Erste ich will aber nicht sorry, da muss den bleiben and if you... and i... 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 had the time of my life das singt Yoshi auch immer, wenn wir hinschlagen oh ja oh ja jetzt mach doch Yoshi nicht alle rum ich kann ja nichts dafür ja, ich kann nicht dafür, dass er ein scheiß Veganer ist, ey ich bin doch nicht mal Veganer ja, aber du musst trotzdem scheiße ja, da ist doch da, wo er recht hat, was er recht, ne? ey, Leute, willst du euch was sagen? Ich hab schon 50 Punkte 250 hab ich gerade ah, jetzt hab ich immer noch 50, okay, gut die Runde lag, dass ich von allen Runden nicht gespielt habe ich hab 155 Punkte, nice Yoshi, hieß du? ja macht dir das eigentlich fertig, dass ich dich jeden Tag schlage? Yoshi, macht das nicht eigentlich fertig, dass du scheiße bist? WAS EIN TRICK! Alter, du hässige Mombo ohne Witz erstens nimmst du mir eine 50 Punkte weg und zweitens, dann saust du mir den Kill an ihn wo ist er jetzt, ey? hä, wo bist du? ich bin gestorgen hab ich dich getötet? nein, da war er los ja, Junge, Yoshi, jetzt in der Gruppe fühl ich dich groß, ne? das war klar, aber ich leute gleich aus dem Fenster ja, komm, genau genau, genau, Öko genau, Öko komm, Messerkampf, los, komm her Alter, ich hab's hier getroffen? Alter, ich bin schon besser als Yoshi Alter, gut, das ist auch nicht schwer ja, wir haben hier ja, wir haben hier Ach, Öko, dusch ihn wieder, ja? ja, nicht mit dem hässigen Bogen, wenn damit ein Messer, ja? ohhhh ich kann nicht mehr sehen oh, wer ist denn lang gestorben? oh, das war wohl ich ich hab Öko schon lange nicht mehr gesehen, aber eigentlich oh, da ist er wieder oh nein, oh nein, du hässige Mombo oh, du hast mich gar nicht Yoshi duscht auch nie Yoshi, der duscht auch nie, weil er findet das nicht gut, wenn die Insekten in seinen Haaren sterben ist das auch nicht toll, wenn man duscht wie du bist so Alter, warte, warte, warte Entschuldigt mich immer bei seinen Haaren oh, das ist der Tomohrgegen knapp an mir vorbei Alter Fick dich! Wer, ich? Ja, genau du und Neo. Warum? Du hast mich getötet. Was? Du hast mich getötet. Oje, wie geil ist denn das? Ich muss doch nicht wieder beschweren, der kleine Steven. Oh shit, ich hab mich selbst getötet. Ah shit, shit. Du bist ein Hund. Fick dich Yoshi, alter. Musst du denn da und ausweichen? Ja, das sagen wir in der Schule auch immer. Alter, Öko, dein Ernst. Tut mir leid, aber ich kenn das mit dem Messer zu sehr von Black Ops 2 mit den Tomahawks. Das ist genau gleich. Öko, du weißt doch, ich hab endlich mal Punkte, dadurch, dass ich Steven gekillt hat, ja. Und dann versaust du sie mir wieder. Ich dich hasse, alter. Ich hab noch irgendwer mitgenommen. Ich hab noch mitgenommen. Ich hätte eigentlich nur abdrücken müssen, alter. Hättest du auch. Sauerbar versaut. Shit. Shit, shit, shit. Ich werde dich rächen. Oh, wer wollte mich da... Öko, du Dreckspotze, alter. Tut mir leid, du läufst immer im Weg. Alter, wer hätte die Runde nur zwei Sekunden lang gedauert hätte ich? Und... Ey, was geht's aber, Marcus? Okay. Das war's mit der Runde. Noch eine Runde, oder? Wir können gerne noch Offscreen einspielen, aber das war's mit der Runde. Und der Pistole ist... Blah, 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 blah.